so ich mache hier das den höhlen modus aus das ist dann noch ein bisschen g3 finde ich bei der karte ich habe da würde ich da jetzt gar nicht drauf geguckt habe aber ich sehe es gerade hier das muss ja nicht sein ja musik wo ich jetzt gerade hier das lied höre von dem grieper den ich mit zu weihnachten wünsche ich habe heute damit begonnen so ein paar videos dazu ich habe heute damit kommen begonnen so machen wir immer alles so was das können wir noch mitnehmen ich habe heute damit bekommen meine begonnen meine musik auf youtube hochzuladen also die ersten zwölf stücke da habe ich einen jeweils irgendein bild aus meinem fundus hier darunter gelegt und musikvideo mit stillbilder mit foto also relativ ein paar es kommt ja auch nur die musik drauf an und diese musik habe ich nicht hier auf dem kanal wo verspielt hochgeladen sondern auf dem kanal moselbert der grund ist ganz einfach die sie ist ein display kanal und kein musikkanal und zum anderen dass ich musik mache wissen also auch ein paar kollegen von mir dass ich jetzt play machen nicht so dass ich so dass ich denn dann auch den link zu der musik geben kann sagen hört euch das an die müssen da nicht unbedingt 21 jemanden toll die müssen dann nicht unbedingt ach da haben wir schon gegenüber super da auch da auch dann können wir ja hier mal weitermachen nehmen wir den so die lieder die ihr bis jetzt gehört haben sind alle noch da jetzt auf youtube auch auf dem kanal mosebärz zu hören auch dieses lied heimatstube genannt ich habe sogar ein bild gefunden von einer heimatstube die ich mal selber fotografiert habe das kommt dann natürlich als hintergrundbild also die bilder im hintergrund sind dann so bilder aus die ich mal an der mosel aufgenommen habe oder in thailand schöne bilder hoffe ich doch ab und zu ab und zu passen auch zur musik ab und zu nicht das mit der heimatstube war wirklich ein schöner zufall ja und da passt natürlich so ein fahrwerk raus zum beispiel als hintergrundbild das habe ich da genommen das club gott ja wieder her die wild so noch mehr so 21 plus 6 nur hatte ich nicht die glückshacke genommen na gut man kann ja auch nicht immer glück haben auf jeden fall läuft es gut ja leisen aber dann schon wo ist denn das weisen 20 ok das ist natürlich noch ein bisschen wenig für das was ich vorhabe mit dem reisen ich möchte mit dem eisen eine fleischfabrik bauen und das habe ich schon seit folge 200 glaube ich gesagt und jetzt immer noch nicht gebaut aber jetzt hatte mal jaro spielt den ich an dieser stelle mal grüßen darf hallo da hat er mir mal zu einem alten video kommentar jetzt noch geschrieben das jenige sei das erste video gewesen was er gesehen hatte da war doch gleich drei seiner lieblingslieder von mir dabei noch mal ein bisschen tee trinken ja und ich habe mir die folge noch mal angeguckt also größenordnungsmäßig folge 200 oder plus minus irgendwas und auf jeden fall schon ein bisschen länger her da hatte ich schon mal gesagt ich wollte eine fleischfabrik bauen na gut irgendwann machen wir es dann auch und ich habe jetzt ein ziel in meinem let's play liebe leute ich möchte gronk einholen denn juini kann ich nicht einholen der lädt ja hoch wie verrückt aber gronk hat jetzt seit einem monat kein minecraft hochgeladen entweder hat er keinen bock mehr keine zeit oder was auch immer also kohle haben wir schon mal genug und eisenhörer und so ja also da war doch noch was genau also gronk ich weiß nicht ob er keinen minecraft mehr machen will oder was ja liebe leute wenn ihr dann einen let's player sehen wollt der keine pause macht der offiziell ziel 10.000 folgen ausgegeben hat müsst ihr halt bei eruini schauen da ich den kenne machte das auch wie lange brauchen wir für 10.000 folgen ich habe keine ahnung so dann nehmen wir mal einen schluck milch ich habe eigentlich so schöne hustentropfen die das hustenzentrum blockieren die sind allerdings alle die nehme ich normalerweise abends wenn ich viel husten habe vor dem einschlafen und tage soll man die denn nicht nehmen denn das abhusten ist ja durchaus gewünscht aber irgendwie musst du mir morgen mal wieder kaufen ich mache hier keine werbung für hustentropfen nein 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 aber die sind echt gut für mich jeder sieht das natürlich dann anders das ist klar oh wir haben 31 level kann ich ja mal wieder irgendeine spitzhacke verzaubern aber nicht reparieren sie die in Untertitelung des ZDF, 2020